Es ist gerade hier die krasse Stimme, da sind die VfL-Rebys-Fans und da sind die missgeburten Aue-Fans. Aber Leute, wir werden das Spiel gewinnen. Wir werden das Spiel gewinnen, Freunde. Wir werden es gewinnen, Junge. Wir werden es gewinnen. Wir werden es gewinnen, Freunde. Da, guck mal wie viele fahren, Junge. Guck mal wie viele fahren. Seht ihr das da hinten? Oh mein Gott, da sind mega viele fahren. Der Ball ist auf der anderen Seite. Ich weiß. Und da sind gar keine fahren. Ah, du hast gar keine fahren. Opa, willst du auch noch was sagen? Ja, hi. Opa, du kommst aber auch ins Internet, ne? Weißt du schon. Ja, schön.